Schnell noch aufs Siegerfoto. Die Ladies in Black Aachen gewinnen in Rekordzeit beim Tabellenletzten aus Neuwied. Vor allem im ersten Satz wird der Unterschied zwischen beiden Mannschaften heute deutlich. Aachen hat alles im Griff und Neuwied kommt fast nur durch Fehler der Ladies in Black zu Punkten. Fünf von zehn Zählern sind am Ende Aufschlagfehler der Gäste. 25 zu 10 für Aachen. Im zweiten Durchgang ein etwas engeres Bild, Neuwied zumindest am Anfang dran. Doch die Ladies in Black spielen es am Ende auch hier souverän herunter. Jana Franziska Pohl mit 16 Punkten die Topscorerin und Aachen mit 2 zu 0 im Setzen vorne. Und mit Matchbällen im Durchgang drei. Sieben Matchbälle für die Gäste. Da ist dann auch die Chance über Lara Davidovic und dann ist die Partie rum und sie ist sehr sehr deutlich zugunsten der Ladies in Black aus Aachen ausgegangen. Ich bin ganz stolz auf unser Team, wir haben es souverän durchgezogen und wir nehmen jeden Gegner ernst. Wir wussten, dass Neuwied, die sind unkonventionell, die machen mal andere Sachen und wir waren gut vorbereitet, haben uns die ganze Woche auch in der Defense auf die dreckigen Bälle sozusagen von denen vorbereitet und es hat jetzt echt gut geklappt und ich bin ganz froh. Neuwied bleibt mit drei Punkten Schlusslicht in der Bundesliga. Aachen ist jetzt… Aachen ist jetzt…